Freddy! Freddy! Freddo! Freddo! Aber er ist gar nicht mehr da! Freddo! Schade, Freddo! Ok, komm, machen wir Anmoderation? Ja, äh, hi Leute, wir spielen Heiderzyk auf Hypixel mit Slushy. Und ich glaub, dieses Mal bin ich mal was ganz Spezielles. Ich auch. Heidi, die erschwert. Ich bin einfach ein Heukopf. Ein Heukopf? Nein, das kannst du aber nicht beim Versteck verstecken. Wir möchten wieder zu unserem legendären Versteck. Also ich weiß nicht, wo du willst, aber ich bin beim legendären Versteck. Hier komm ich auch hinzu. Ja, hallo! Hi! Nein! Ich bin bei der Spansion, Alter. Das ist einfach alle in die Ecke gestellt. Weil ich drehe mich so ein bisschen. Jetzt kommt auch so ein Zunge. Hatschisch! Geht! Hahahaha! Er hat auf jeden Fall den leichtesten Sprung verkackt. Oh nein! Oh nein, was kommt selber. Nein! Da bin ich halt jetzt in Axt. Da bin ich halt keine Pücke. Okay, doch. Ihr zu viert oben still. Ok, der kommt da gleich safe hin, alter. Alter, ich versteck mich einfach unter den anderen beiden. Der sieht das doch, doch man. Ich, ich bin weg. LOL! Aber er sieht mich nicht, er sieht mich doch, er sieht mich nicht. Ich hab hier viel zu kleinen Hitbox wehen, aah! Ah, hu! Nani! Ich werfe eine Goldachse, die zwischen ein paar Öfen liegt. Ich laufe jetzt in einem Kreis, oh nein! Oh, Slushy! Jetzt muss ich weglaufen, weil du weißt, wie ich früge mich. Ja. Lol, das hat jemand doch nicht geschossen. Ja, ich hab jemanden geturtet. Oh my God. Warum bist du dann auf der dunklen Seite der Macht gewechselt? Ich bin abstach, ich versteck mich gerade zu mir. Ich bin trotzdem bei unserem Versteck, Gotti. Ich komm doch nicht hin. Was? Warum das denn? Ich versteck mich. Oh, ich hab voll Herzklopfen. Ich glaub, ich bin in den Block verliebt. Du siehst keine Brüge mehr. Oh lol, vor mein Augenbuch hat jemanden umgebracht. Oh lol. Der hat's sehr voll Herzklopfen. Digga, warum liegt das denn schwer? Wer räumt denn dieses Zimmer hier nicht auf? Verdammt! Gotti! Oh Gott! Es ist jemand hinter mir her. Okay, doch nicht mehr. Ich bin frei! Oh mein Gott! Ich hab immer Heu! Ich hab immer Heu! Oh Gotti! 3 Minuten! Wie soll ich mich denn hier so lange verstecken? Oh, ich bin in der letzten Verstecke! Was zum Fick! Ich war grad in deiner Nähe. Hey, woher weißt du das? Weil ich Herzklopfen habe. Hä, hat man die Herzklopfen mal in Suche? Ja. Also, das ist ja richtig lächerlich. Ich bin bei dir ganz in der Nähe. Ich hab richtig heftig gesehen. Ja, wie soll ich denn hier noch 2 Minuten überleben? Was bist du denn? Gib mir doch wenigstens einen Tipp! Nein, geb ich denn nicht! Ich weiß. Ich halte nur einen Hit aus, weil ich schon zweimal geschlagen wurde. Oh. Ja, wenn du jetzt jemanden findest, dann bist du... Ich will wenigstens unter eine Minute kommen. Dann bin ich zu viel mehr. Ich glaub, ich steh direkt in dir drin. Siehst du mich denn? Nein. Danke für den Tipp. Du bewegst dich, du bewegst dich, du bewegst dich. Äh, sicher? Okay. Ganz sicher. Ist halt so dumm, dass man sich bewegen muss, wenn man, äh, wenn man gekickt wird sonst. Nein! Ah, aber wenigstens wirst du von mir getötet. Das ist doch das Geilste. Ah, ich wollte gute eine Minute kommen. Ich bin halt die ganze Zeit rumgelaufen und hab mich immer wieder verändert. Wann gibt's den ersten Platz eigentlich? Ich bin Verstecker! Bruder! Nein! Nein! Man ist Sucher. So... So, Sucher. Nee, Sucher sind nur Opfer. Dich bin ich nicht auf den Stand. Ich will nicht auf den Startpunkt. Ich will fucking die Startpunkt. Alla! Du kennst dich, du kannst das finden. Ich kennst mich, komm zum Zimussen! sehen oder doch nicht weil ich rumbach du bist ein spitzhacke ja und ich war krumm da bin ich halt wieder mal räume ich hier ein bisschen um ich steche in den kopf noch nicht da wer ist das dann hier keine ahnung moment also ja doch das war schon ich aber ich werde auch kurz ein goldschwert behält da können wir so ein so ein ding ins bilden weißt du dieses schwert symbol ich würde kein goldschwert mehr zeigen du musst aber ein goldschwert sein das ist ein mörder gesicht den mörder nicht den mörder aber den sieker ja den minik ja den hurensohn den huren bist du es huren huren so ich bin wieder in unserer pension die nach der komplexen seite ich immer umgucken ok immer so ein bisschen auf achse ja natürlich oh mein gott ist ein eisenschwert ich bin ein eisenschwert sei auch ein eisenschwert ich bin ein eisenschwert ja man jetzt kommt zu unserem versteck und dann bilden wir dieses schwert symbol für ja man warte du musst ein bisschen zurück ja fast hä wieso hat er sich einfach so bewegt ich kann nichts dafür ja ich bin ja ja alter nein wieso bewegt er sich oh man ich hasse es du bist ein halber schwarz ey geil rassismus hier hihihi tnt cant camouflage ohne explode oh scheiße huan huan achtung wo sind leute huan ok die denken alle das ist das äh andere schwerter bewegt dich nicht er sieht aus wie so ein schwertsstrauß aus alter hihihi hihihi schweizer äh schweizer äh schweizer so ein guter und straußschwerter hihihi äh männer schenken sich keine blumen die schenken sich keine blumen schenken sich keine blumen ey ich mach ich pack doch was da drauf äh ich glaube wir müssen weg gut dass du weg glaubst ok hab ich gesehen hier ok kein b hi lol heis unter ich werde noch nie CIA Fike! Ähh ja Fike! Ich könnte es richtig haben Achse, Leuteulder j decem dann Problem Neinaval! Verdammt! Nani, was ist los?! Ich hab nur noch zwei Herzen aber das geht das geht das geht zwei Gehen? Ich hab ja nur noch eins Oh. Bist du grad? Äh... Ich bin grad... Oh mein Gott. Oh nein! Nein, 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 nein! Wirst du grad gefunden? Na? Ich hab gehört, bis wir jemanden geschlagen haben. Verlass mich nicht! Nein! Verlass mich nicht! Ich... Ich wirst dir verlassen,agues nein... Nein, mein Mensch! Nein, 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 nein... Hä? Loll, der alte Chip... Der alte Chip ist grad auf sich drauf gesprungen, und hab ich nicht gesehen. Jesus... Hab wohl Herzklopfen. Nee, hab grad kein Herzklopfen, aber... Also, du... Diger, du... Werst wieder jetzt der Survivor übrig. Ich seh's, komm. Bin halt auch einfach nur Maschinen, ne? Oh, okay. Ok, der hat sich schon verpisst. Wichtige Aufregung hier! Das ist jetzt spannende Musik runter machen, Gotti. Alles sicher, wir kennen unsere Krasses-Frühstückspension, die ist so bekannt, die ist so bekannt, Bruder. Aber Digga, ich habe sie, glaube ich, vor mindestens ein paar Monaten bekannt gemacht, also ich glaube, dass sie erst durch mich entdeckt wurde, also ohne jetzt mir angeben zu. Ich habe mich da schon immer irgendwie versteckt. Da habe ich da immer gefunden worden und dann haben sie auf einmal alle da versteckt, das ist voll scheiße. 5, 4, 3, 2, 1. Hi, ich stand gerade vor dir! Ach, das warst du! Du weißt das kleine Enti, was da rausgeguckt hat! Naja, ich bin rumgelaufen, ich bin vorher nicht hingelaufen! Und, hä? Das war nice, Pickel! Ich bin du die Scheiße! Ach mein... Ich kack's, ich kack's an! Ich kack's, ich kack's an! Vielen Dank.